hallo konfuzayer schön dass ihr da seid heute zur gaming time eine neue kategorie auf meinem stream ich weiß ich habe schon mal gespielt ich habe wo w für euch gestreamt das habe ich ja gesagt das wird ein bisschen in den hintergrund rücken weil es gibt einfach zu viele ww streamer und man muss ich da nicht ständig ins gehege kommen und miteinander konkurrieren das ist einfach blöde deswegen habe ich mir überlegt ich mache alt games schauen wir ein paar alte spiele an gehe die mit euch durch wir fangen heute an mit dungeon and dragon eye of the beholder teil 1 und das wird lustig werden weil wie gesagt der ton kann ich jetzt schon sagen der ton wird euch grausam vollkommen es ist halt ein spiel aus dem jahre 91 und das ist halt nun mal nicht unbedingt auf der höhe der zeit ich habe ein paar einstellungen schon vorgenommen ich kann sein dass ich sie gleich noch mal machen muss weil ich das spiel neu starte und noch nicht drei drinnen war im spiel nur dass sie da schon mal bescheid wisst damit ihr das mit kriegt und in der live szene werdet ihr mich nicht sehen da werde ich nicht zu sehen sein sondern da habe ich das krampenbildschirm für euch für das spiel reserviert es werden auch keine donations angezeigt wenn ihr wenn ein alarm reinkommt der wird angezeigt ganz normal klar aber halt wie gesagt kein donation das machen wir erst wieder beim nächsten mal werden gespeichert also ihr werdet nicht verloren gehen das kann ich euch sagen der letzte der reinkommen ist der letzte der reinkommt wird angezeigt werden und wir starten dann einfach mal in den live bereich ist er als jetzt nur mein monitor so ich werde jetzt mal das spiel starten wo wir testen einfach mal mehr als testen kann man ja natürlich nicht und solche alten spiele sind halt einfach die haben halt ihre kleinen macken weil sie hat nicht auf die ah das hört sich doch schon besser genau ok jetzt sollte man mich hören und dann gehen wir mal rein das ganze ist aber im endeffekt auf deutsch genau eye of the beholder und jetzt geht es wir die herren von worte die müssen das böse das unsere stadt belagert schlagen ruft die helden des landes zusammen und lasst uns einen champion wählen magister sie glaubt sie hätten eine lösung gefunden euer auftrag ist es das böse zu finden und falls möglich zu vernichten bereitet die gefahrvolle reise vor ja mit solchen grafik mussten wir damals eben beginnt eure suche unter der stadt ab in die kanalisation wir haben sie so kann es gehen und schon sind wir eingesperrt ihr schicksal ist besiegelt so eye of the beholder wie gesagt eine der legendary serious fantasy role play gaming sagas das erste spiel und wir möchten ein neues team aufbauen und fangen dann auch an so und am In dieser Art der Spiele haben wir die Möglichkeit, vier Helden zu erschaffen. Man sollte eine schön ausgewogene Gruppe haben, also nicht zu viel, die nur draufhauen können und hat dann am Ende keinen, der herheilen kann. Deswegen fangen wir mal an. Ich fange immer relativ ausgewogen an. Einen menschlichen Kämpfer werden wir nehmen. Der soll neutral gut sein. Und dann wählen wir eine Form aus. Ja, ich glaube, ich weiß schon, welche ich nehme. Aber, lass mal gleich gucken. Wir nehmen sie hier. Genau, okay. So, wir haben hier die verschiedenen Möglichkeiten. Also man sieht hier Stärke, Intelligenz, Weisheit, Gewandtheit, Konstitution, Tarisma, Rüstungsklasse, Healpoints und EBN. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das ist nicht das Problem. Wir nehmen das, machen da eine 15 raus. Die Intelligenz nehmen wir ein bisschen runter. Weisheit lassen wir so, Charisma lassen wir so. Die Konstitution machen wir nochmal hoch. Und Healpoints setzen wir auf 25. Wir sind... Ich cheate jetzt ein bisschen, aber das ist erlaubt. Okay, gut. So, dann... Kiep, Name. Ähm, ich nehme mal einen Namen, den ich gerne nehme. Und zwar, jetzt hält mir der Name nicht ein. Verdammter Mist. Schatz, wie heißt mein Lieblingscharakter, den ich immer habe? Du weißt, wen ich meine. Ich komme einfach... Ah, genau. Danke. Genau, den habe ich gesucht. Du hast es voller fast. Dankeschön. 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 So. So, dann nehmen wir als zweites einen, ähm, Elfen. Auch eine Weibschule. Wir machen hier jetzt eine Gruppe aus Frauen. Wir müssen mal die Frauenquote in den Spielen nach oben treiben. Und zwar nehmen wir da eine... Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Ja, ähm, ihr seht, man kann auch durchaus, äh, Sachen nehmen, die, ähm, ähm, nichts sind. Obwohl, ich gehe nochmal zurück. Ich nehme hier einen zweifelischen Zwergen. Und zwar eine... Ah, nee, das geht nicht. Ah, das hätte ich anders machen sollen. Ich nehme einen Halbelf. Und da kann ich auch nicht nehmen. Hm, das ist Bügel. Ah, gut, okay. Dann gehen wir zurück. Wir nehmen den Elfen. Und den Wald... Ah, nein. Den Waldläufer. Den Waldläufer zum Geier nochmal. So, der ist neutral gut. Gucken wir mal an der Elfe. Da haben wir eine Elfe. Wir nehmen auch hier, ähm, wir nehmen auch hier, ähm, die Weisheit, die man weiß. Achso, modifizieren. Ähm, Sperrk um eins nach oben. Weisheit um zwei nach oben. Gewandtheit um drei nach oben. Ah, okay, um zwei nach oben. Die Rüstungslast ist nämlich wichtig. Und die Konstitution um eins hoch und um eins hoch. Und das Charisma setzen wir auch um ein, zwei hoch. So. Also, ganz ehrlich, ich hatte ja schon mal eine der Waldelfe gesehen, die hingeht, die hässlich ist. Also, ich nicht. Kiep. Na, aber kennen wir natürlich nicht. Wiener. Genau. So, hier hinten kommen jetzt zwei Sachen hin, die etwas anders sind. Wir nehmen einen Knie. Und zwar nehmen wir da einen Kiep. Weil wir brauchen jemanden, der die Kisten aufmachen kann. So, den machen wir, ähm, äh, kiep. Absolut neutral. So, eins nach dem Motto. Ich vertraue nur mir und sonst keinem. Gucken wir mal, haben wir hier irgendwas, was passt. Ich nehme mal die hier. Modify. Machen wir uns eins nach oben. Intelligenz, Gewandtheit, weiße, weiße, wo man nicht gewandt hat. Ne, 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 eins nach oben. Na, gut, okay. Konstitution um zwei nach oben. Können wir das mal lassen oder so. Okay. Ähm, die nennen wir, äh, ah, ich bin jetzt, ich bin jetzt mal ganz einfach. Ich bin jetzt mal einfallslos. Ähm, nein, nicht, ah, okay, gut. Gut, jetzt müssen wir sie komi lassen, okay. So, und dann nehmen wir noch einen. Helfen. Leeriker. Rechtsschaffen neutral. Und da. Und wie, einmal Stärke hoch, Intelligenz hoch, Weisheit ganz viel hoch, Gewandtheit lassen wir so, ähm, Konstitution hoch, Charisma lassen wir auch so. So, so, und die nennen wir, ähm, 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 ah ja. Nein, nehmen wir nicht so. Genau. Dankeschön. Nehmen wir. Ist genommen. Perfekt. So, jetzt haben wir unsere Gruppe zusammengestellt. Und dann gehen wir in das Spiel. So, wir haben jetzt hier das Problem, dass wir hier natürlich mit der Maus arbeiten, deswegen können wir keine, keine Steuerung nehmen. Ähm, wir können die normale Steuerung nehmen, also die, die, die Pfeiltasten, aber, ähm, haben nicht so, wir sind jetzt ein, aber als erstes Mal werden wir jetzt eben, ähm, werden wir jetzt die Steine einsammeln. Die Steine werden, sind nämlich ganz, äh, wichtig. So, Einstellung, Spieloption, Spielanspiel speichern. Das machen wir erstmal jetzt, Spiel speichern. Das heißt nämlich schon mal, dass wir die Charaktere schon mal gesichert haben. Das ist schon mal wichtig. So, ähm, Zauberlernen. Dann nehmen wir da. Achso, für Zauberbeten. Ist ja klar, sie ist ja nettings. Also, leichte Wunden heilen. Machen wir zweimal. Ähm. Obwohl, ne, äh. Ähm, halt, nein, falsch. Äh. Löschen. Eins, zwei, drei, vier. Heilen. So, wir bekommen, ähm, Gift verlangsamt zwei. Da haben wir noch keine. Okay, Ende. Ähm. So, Zauberlernen. Das müsste, sie müsste eigentlich Zauber können. Nein, kann sie nicht. Kann er Zauber auch nicht. Kann sie Zauber. Nein, das kann nur sie. Okay, Ende. Okay, gut. Dann machen wir das so. Einstellungen ist in Ordnung. Genau. Gut. Dann. Ausruhen. Warum habe ich jetzt ausgeruht? Aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt hat unsere Magierin nämlich ihre Zauber gelernt. Und wir können den mal. So, jetzt gehen wir ja rum. Und das ist der große Nachteil bei diesem Spiel. Ich habe keine Autokarte und ich hält den, habe vergessen, hier tragiertes Papier zu besorgen. Gut, dann muss ich das jetzt auf andere Art und Weise machen. Das ist aber ganz blöde. Ich bin gleich wieder da. Moment. Und ich. Da auch schön. Warte. Gut. Dann habe ich hier Dings. So, dann wird mir da ein bisschen mitkommen, damit ich nicht dreimal in die selbe Dings renne. Also, wir haben einen Eingang. Und dann haben wir einen Gang. So, genau. Gut. So. Auf einem Kästchen Papier wird das Ganze besser laufen. Also, hier ist Geröll. Gucken wir mal. G. So. Jetzt steigen wir vor. Also, eins nach vorne, zwei nach vorne. Dann sind wir zwei vorne gegangen. Eins, zwei. Drei. Und dann öffnet sich mit drei natürlich die Dings. So. Da haben wir ein Skelett, seht ihr, in der Ecke. Das ist aber tot. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Aber wir gucken mal. So, da geht es einmal nach links. Und einmal nach rechts. Und da haben wir dann auch auf der Wand einen Schalter. So, und hier haben wir eine Tür. So. Und dann haben wir hier. Gehen wir mal eins vor. Nach da. Okay. Da ist die Wand. Und dann haben wir gegenüber eine kleine Hütte. Einen kleinen Eingang. So. Und. Okay. Aber wie wir schon sehen. Wir sehen hier unten in der Tür ist ein kleiner Durchgang. Äh, ein kleiner Durchguck. Und da sehen wir dahinter was. Das heißt, wenn wir jetzt die Tür öffnen, sind da Gegner. Deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten, dann entsprechend angegriffen zu werden. Wir gehen jetzt erstmal einen Schritt nach vorne und nehmen das Lockpicking. Das geben wir dem hier. Die Knochen. Die Knochen nehmen wir mal mit. Und ich sage euch auch warum. Weil es gibt hier auch Bodenplatten. Und das heißt, wenn ich irgendwas wo drauflegen muss, ist natürlich so ein Skelett gar nicht so schlecht. Das kann man dann wunderbar schön da drauflegen. Und alles gut. Und hier sieht man schön Augen. Wenn man da drauf klickt, etwas wuscht tiefer in den Abfluss im Boden. So. Weg ist er. Werden wir schon mal nicht mehr beobachten. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. So. Machen jetzt die Tür auf. Und machen einen Schritt nach rechts. So. Und dann kommen wir. Zack. Ah. Scheiße. Zack. So. Ihr seht, wenn man etwas eingesetzt hat, dauert es einen Moment, bis man es wieder einsetzen kann. Der Vorteil jetzt dabei ist, wir konnten, ich musste noch lernen. Das heißt, wir müssen mit der linken, rechten Maustaste können wir die Angriffe ausführen. Der Waffen direkt. Wir müssen das direkt machen. Wir können nicht hingehen und sagen, wir machen das Ganze über eine Taste. Zumindest nicht, wenn man mit der Maussteuerung angefangen hat. Und jetzt gehen wir nach vorne. So. Nach vorne in den Gang hinein. Da haben wir hier wieder den Gang. Den zeichnen wir ein. Einmal. Und beim zweiten Maussteuerung ist dann erst links. Also ich muss euch sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt entsprechendes Karopapier. Karopapier ist wesentlich besser, als wenn ihr das ohne Karopapier macht. Weil da wird das dann zum Geduldsspiel. So. Wir haben einen Schritt nach vorne. Und dann haben wir noch einen Schritt. Und dann haben wir eine weitere Tür. Da ist ein, seht ihr oben in der Ecke, seht ihr einen Schalter. Wenn man da drauf klickt, geht die Tür auf und die bleibt auch auf. So. Wir werden jetzt als erstes mal diesen Gang uns angucken. Eins, zwei, drei. Kommen wir um die Ecke. Also. Eins, zwei, drei. Um die Ecke. So. Und dann haben wir einmal Ecke. Und dann geht's geradeaus weiter so. Also nach vorne, nach vorne, zur Seite, nach vorne. Wichtig ist auch, das kann ich euch sagen, ich kenne das Spiel ja schon. Dass ihr auf die Wände achtet. Auf den Wänden sind manchmal Symbole. Und die können auf Geheimfächer hinweisen. Also das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da drauf achtet, damit man nichts verpasst. Eins, zwei. Nach vorne. Eins, zwei. Nach vorne. So. Dann gucken wir mal zur Seite. Da ist ein Abflussrohr. Das heißt aber, wir haben hier auch eins rüber. Beziehungsweise. Ja, doch. Das müsste passen. Eins. Hier stehen wir. Zwei. So, nach da. Okay, gut. Dann haben wir hier einen Gang. Gut. Muss mir wirklich Karopapier besorgen. Das ist grausam. Gut. So, also hier haben wir jetzt aber nichts. Dann gehen wir mal vor und gucken zur Seite. Da haben wir dann einen Durchgang. Bevor es wieder in die Richtung geht. Bevor es sich in beide Richtungen öffnet. Das ist gar nicht so einfach. So. Einmal nach vorne. Jetzt gehen wir nochmal nach vorne. Gucken nach da. Da haben wir eine Tür. Also, einmal breit. Und dann eine Tür. Ich muss gucken. Muss ich jetzt nicht falsch machen. So, ich bin rein. Ich habe mich nach da gedreht. Das heißt, hier ist die Tür. Und da ist Tür. Tür. So. Tür. Und hier haben wir einen Schalter. Gut. So, das sind dann auch, sieht man auch wieder dahinter, wieder kleine Wesen. Die wir haben. So. So, dann haben wir hier zwei. Gut. Und wenn wir in die Richtung gehen. Ah, da sind auch welche. Das Lustige ist, die Gegner kommen nicht näher ran. Also, sie bleiben in ihrer Wurfrichtung. Normalerweise könnte man jetzt denken, okay, die greifen uns jetzt da an. Das tun sie aber nicht. Sondern sie bleiben da in ihrer Ecke stehen. Und warten darauf, auf gut Deutsch gesagt, dass wir rankommen. Und, ähm, ja, genau. So. Und so. So, das ist, das heißt, hier haben wir ein. So, gut. Ja, es ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen. Gar nicht so leicht. So. Okay. Also, dann gehen wir mal nach vorne. Wechseln uns zur Seite und machen einen Seitschritt. So. Und wenn die jetzt kommen. Daneben. Daneben. Ah. Ich bekomme. Dann könnt ihr auch einfach mal fragen. Ich habe so viel Blöck, dass klar ist, kann ich jetzt nicht. Ja. Okay. Dankeschön. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Ähm, ich werde gleich mal kurz eine Pause machen. Und zwar nicht, um hinzugehen, um irgendwas zu ändern. Sondern einfach, um, aha, okay, ähm, dafür zu sorgen, dass wir, ähm, die Karte auf ein ordentliches Stück Papier übertragen haben. So, jetzt werden wir gleich auch mal, ah, da sind ein paar Sachen fallen gelassen. Das ist natürlich ganz praktisch. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir alles, jetzt werden wir erstmal hier anfangen einzupacken. So, ähm, wir werden einmal zur Seite gehen. Unser Magier wird hier, ähm, ein, ein, ach, wie soll ich sagen, unsere, ähm, Klerikerin wird eine Person werden. Die, die wir mit, ähm, der, die für die Ration zuständig ist. So, jetzt machen wir das hier mal zu. Ah, okay. So, wir machen das jetzt mal zu. So, okay. So, ähm, wir werden hier eine kurze Pause einlegen. Wir werden erstmal kurz nach vorne gehen und dann gucken. Das ist hier, ah, okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Gut. Ah, da liegt ein Stück, liegt ein, äh, Proviant im Weg. So, das heißt, wir werden jetzt erst einmal eine Rast einlegen. Ähm, und zwar hier in diesem Raum. Und ich werde kurz die Karte übertragen. Und in der Zwischenzeit werden wir unsere Helden hier drinnen, ja, wie gesagt, ein bisschen rasten lassen. Ausruhen, so. Wir nehmen, wir nehmen jetzt mal kurz die Karte, ähm, wer, werden die Heiler das Team heilen? Ja, werden sie. Okay, gut. Das ist natürlich ganz praktisch. So, gut. Gut, also, wir haben den Eingang gehabt. Gut, also, wir haben den Eingang gehabt. Wie hatte ich gesagt? Da hatten wir gerollt. Dann hatten wir ein, zwei nach vorne. Dann hatten wir eins zur Seite, eins zur Seite. Wir hatten zwei Breit, hatten gegenüber eine Ausbuchtung, hatten hier den Schalter und die Tür. So, genau, so, dann sind wir eins nach vorne, eins nach da, eins nach, dann wären wir hier weiter, hätten wir weiter gekonnt. Genau, so, Ausgang. So, da hatten wir wieder eine Tür, mit Schalter hier, genau, so, dann eins nach oben, oder waren das zwei, da waren zwei nach oben, genau, so, 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 und so. So, hier hatten wir eine Tür, hier haben wir eine Tür, und ein Schalter, dann, da, 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 da. So, okay, jetzt habe ich fast alles eingetragen, so, jetzt können wir hier Ende machen, jetzt muss ich aber gerade nochmal zurück, hier, also, hier haben wir einen Vierer, aber wir sind, wir haben, hier haben wir gekämpft, das ist der, dann haben wir einen nach vorne. Da, und dann haben wir, dann haben wir hier einen Rüber, richtig, ja, genau, und dann zwei nach oben, genau, so, und so, und so, gut, okay, gut. Gut, das heißt, hier dahinter ist nichts, da ist lediglich hier, okay, okay, gut, dann haben wir das auch erledigt, so. So, das heißt, wir haben jetzt als nächstes hier die, ähm, kleinen Goblins, die dahinter sind, äh, die werden wir, indem wir hier auf die Schalter drücken, hier auf, und dann kommen die vor, und dann ist es ab. So, dann kämpfen die mit unfairen Mitteln, so, das Gute ist, jetzt können wir hier unsere, ja, das ist der Nachteil, man kann immer nur die angreifen, die direkt vor einem sind, sonst trifft man nicht, so, gibt es überhaupt die Nas und gut ist, da kommen schon die Nächsten. So, so, da haben wir das erledigt, so, jetzt kriegt der links erstmal wieder seine, so, und jetzt seht ihr hier, wenn wir durch die Tür gehen, wenn wir jetzt mal kurz zur Seite gehen, dann haben wir hier nämlich die Tür, so, das heißt, wenn wir durch die, da durchgehen, und dann haben wir eine Platte auf dem Boden, die sehen wir, äh, das ist kein Loch, das ist, äh, einfach nur eine Platte, wenn wir jetzt da draufsteigen, dürfte hinter uns die Tür zu gehen, genau, das heißt, wenn wir jetzt vorgehen, kommen wir nicht weiter, wenn wir nach hinten gehen, gehen wir nach vorne, gehen die Tür wieder auf, wir lassen sie auf, weil wir dann wissen, dass wir da, ähm, den können, äh, dass wir da nicht weiterkommen, so. So, das Schöne an dem Papier ist, ich kann das so legen, wie ich laufe, so, jetzt habe ich hier einen Durchgang, hier geht es dann weiter, da sehe ich dann weiter hinten nochmal eine Platte, jetzt kommen wir erstmal hier, aha, da ist nur ein Durchgang, das heißt, da ist, geht es nach links und nach rechts, wenn ich jetzt da durchgehe, müsste, da, nach zwei ist da die Mauer, genau, da ist nämlich dann eine Wand im Endeffekt, das ist da, wo auf der anderen Seite, lustigerweise, jetzt müssen wir, müsst ihr euch mal überlegen, wir haben hier, die Wand, auf der anderen Seite, der Wand, ist genau das gleiche, der Durchfluss, wir müssten eigentlich durchgucken können, eigentlich dürfte da gar nicht sein, trotzdem ist da was, also das ist das Lustige da dran, äh, das finde ich ganz lustig, aber, ihr seht, man sieht, ähm, die Kriegerin kriegt doch schon ein bisschen, äh, Ding ab, deswegen werden wir jetzt mal, ähm, das ausmalen, wir werden, ah, das, und werden leichte Wunden heilen, und zwar auf sie, und, dann nochmal, leichte Wunden heilen, auf sie, so, jetzt haben wir das soweit in Ordnung, so können wir das lassen, so, jetzt habt ihr gesehen, wie man Zauber macht, heiliges Symbol, anklicken, den Zauber, anklicken, was man, wem man heilen will, und schon funktioniert das Ganze, so, das heißt, hier ist dann auch ein Durchgang, das ist dann auch eine, eine, ein Raum, da hab ich schon gesehen, da ist eine Tür drin, ne, ihr seht, also, Dungeons, in, in, in alten Spielen, ist dann doch schon so sein, da haben wir einen Stein, den nehmen wir auf, und geben den unserem Schurken, ähm, so, genau, und dann haben wir hier, ein Durchgang, hier ist eine Tür, und hier ist die Wand, so, haben wir das auch wieder eingezeichnet, die Tür, die Tür lassen wir jetzt erstmal Tür sein, wobei, wir dazu sagen müssen, wir haben hier auch gar keine Möglichkeit, diese Tür zu öffnen, ihr seht kein, keinerlei, ähm, ähm, Möglichkeit, ähm, das zu machen, da ist kein Schalter und nichts, da hinter, kann man, man kann sie aufmachen, und ich weiß auch schon, wie wir die aufmachen, und zwar, dadurch, so, der sieht, da, wenn wir jetzt da weitergehen, ähm, ein Schritt, beim zweiten kriegen wir eine Platte, und diese Platte müsste, wenn mich jetzt nicht alles irr, enttäuscht, das sein, was wir da gerade eben, wo wir gerade eben die Tür aufgemacht, äh, wo wir gerade eben die Tür gesehen haben, so, wir haben auch hier vorne eine Tür, so, das heißt, wir haben hier auch einen weiteren Durchgang, so, jetzt gehen wir mal vor, und dann geht die Tür auf, so, was passiert jetzt, wenn wir wieder weitergehen, die Tür geht zu, so, da ist eine Nische, da ist eine Nische, das heißt, da passiert nichts, so, wir nehmen aber jetzt erstmal den Dolch, den geben wir wieder der, ähm, der, äh, Waldläuferin, wobei ich gerade mal gucken will, ein, theoretisch müsste die Waldläuferin, ah, ne, hat sie nicht, aber die Waldläuferin, die werden wir später, ähm, ähm, tauschen, oder, äh, der werden wir später ausrüsten mit Bogen, wenn wir einen Bogen finden, so, aber wir haben jetzt ja vorhin ein Skelett eingesammelt, das nehmen wir jetzt, legen wir auf, so, und schon ist die Tür offen, perfekt, ganz einfach, so, so einfach funktioniert das Ganze, so, jetzt gehen wir weiter, eins vor, dann sind wir an der Tür, noch eins vor, dann sind wir in einem Raum, so, also, vor, vor, Raum, Raum, so, müssen wir nur aufpassen, es kann uns nämlich passieren, dass wir jetzt hier angegriffen werden, so, da haben wir wieder was, was, den geben wir der Kriegerin, zwar ist es unkriegerisch, mit einem Stein nach einem Gegner zu werfen, aber wenn man nichts anderes hat, nimmt man einen Stein, ganz einfach, Stein genommen, auf die Mütze gehauen, und schwuppdiwupp ist Ruhe im Karton, so, und hier gehen wir gleich weiter, der nächste Durchgang, wir haben wieder einen Durchgang, wir haben wieder eine Nische nach links, nein, haben wir nicht, eine Nische nach rechts haben wir auch nicht, nein, das sind sogar richtige Gänge, und zwar, gehen die nach links weg, und nach rechts weg, so, wir gehen aber, wir nehmen uns aber die Tür, oh, da ist ein Schalter nebenan der Seite, genau, so, ich würde sagen, was? Ah, ähm, ich krieg hier gerade eine, na gut, es ist schon, wahrscheinlich schon ein Moment her, aber dadurch, dass ich im Hauptspielfenster keinen Chat drin hab, seh ich das nicht ganz so toll, aber ich seh hier gerade von unserem Christenkater, er hat festgestellt, dass, ähm, er sich beklagt hat im Stream, dass es keine Fahrzeuge gibt, und gestern gab's ein Update, und stellt euch vor, was ist reingekommen? Fahrzeuge, ab sofort dürft ihr in Subsisten auch Fahrzeuge benutzen. So, jetzt mal die Frage kurz an den Chat, ich warte einen Moment, dann auch mit der Antwort, ähm, ich achte aber mal, guck mal nach links und guck mal nach rechts, nicht, dass da irgendwo was rumrennt und mich gleich aus der Rüstung klopft, ähm, nehmen wir die Tür, der rechter oder linker Gang? Sichtweise von mir gesehen natürlich, also Kriegerin oder Waldläuferin Gang oder die Tür. Was wäre eure Idee? Okay, wir nehmen den rechten Gang, also den Gang auf der Seite der Klerikerin, äh, nein, nicht der Klerikerin, der Waldläuferin. So, okay, also da geht es eins nach vorne, eins nach vorne, eins zur Seite, okay, was wollt ihr da jetzt schon wieder von mir? Ah, lustig, ich sitze und bewege mich keinen Zentimeter, außer meine, meine, meine Leute hier, und ich hab den Bewegungsring geschlossen. Gut, weiter, so, dann gucken wir hier, aha, okay, dann geht es einmal nach da und dann nach da. Oh, das hört sich an, als ob da was kommt, deswegen machen wir das jetzt mal so, zack, ups, da war doch glatt. Was war denn da glatt? Ja, wir gehen jetzt, aber wir gucken jetzt auch mal was, ich glaube nämlich, ah, nee, doch nicht. Gut, ah, seht ihr, guckt euch mal die Steine an, merkt ihr was? Wenn wir hier gucken, da ist was, wenn wir da draufklicken, geht die Wand auf, man glaubt es kaum und landet dann in einem Raum. Aber jetzt muss ich mal gucken, das war der hier, das ist ein G, ein Geheimgang. Geheimgang, wir machen mal ein GG, Geheimgang, so, und da ist hier der Schalter, gut, so, und wir landen in einem Raum, in dem wir noch nicht waren, weil das ist nämlich das, die, da wo die Tür dahinter ist, die wir in, gerade links liegen lassen haben. So, das Lustige jetzt aber ist, dass hier die Wand durchgeht, hm, Moment, also hier, das ist jetzt ganz interessant, also jetzt bin ich völlig verwirrt, wie das funktioniert, weil, so, also, wir haben hier den Gang, aus dem wir gekommen sind. So, wenn ich mich jetzt nach da wende, ist da eine Wand, so, das heißt, hier ist eine Wand, hier, da, ah, dann ist da die Wand, da ist die Tür, genau, 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 okay, das ist die Tür, und dann ist da ein Schalter, das ist der Schalter für die Tür, dann machen wir jetzt, gehen wir jetzt mal ganz einfach hin, zack, 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 Tür auf, dahinter ist nichts, wenn wir jetzt hier durchgehen, kommen wir wieder in den Raum davor, genau, so, und dann geht hier ein Gang weiter, okay, gut, wir werden uns jetzt diesen Gang vornehmen, das ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen, hier mit der Zeichnerei, weil manchmal pickt man nämlich ruft sich selber nicht mehr durch, so, also, eins, zwei, haben wir, zwei nach da, und dann geht's nach da ab, und da, und da geht's weiter, so, einmal nach da, zack, und dann haben wir einen langen Gang, es ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Schritte nach vorne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nach vorne, und dann haben wir einen links, rechts, geradeaus, so, aber ich habe schon gesehen, vielleicht habt ihr es auch gesehen aus den Augenwinkeln, wir haben hier einen Schalter, was bedeutet, dass wir da neben eine Tür haben, eine Tür, hier ist ein Schalter, genau, so, jetzt gehen wir aber mal nach da, dann haben wir einen Gang, der entsprechend nach da läuft, mindestens zwei, gut, und wir haben einen Gang nach da, so, jetzt machen wir eins, und dann geht hier, geht's nach rechts weg, ne, nach links, so, aha, okay, da ist auch ein langer Gang, ah, und da ist ein Wurm, okay, den machen wir natürlich jetzt platt, uh, das ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen, wenn man gewohnt ist, normalerweise auf die Gegner direkt drauf zu, drauf zu hauen, so, da haben wir die beiden besiegt, dann gibt es einmal hier, einmal hier, einmal hier, aufmachen, einmal, aber wir hören es schon im Hintergrund, an den Geräuschen, die ihr auch hoffentlich hört, ähm, dass wir da im Hintergrund irgendwo noch was haben, so, einen Schritt vor, genau, und jetzt hier einen Schritt vor, ähm, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, vorne, oh, da haben wir schon wieder was, ah, das war gar nicht gut, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, ah, okay, das war jetzt auch nicht aufgepasst, aber gut, okay, passiert, so, dann haben wir hier einen Raum, den wir haben, so, wir gucken mal nach links, wir gucken nach rechts, da geht nach rechts ein Gang weg, genau, so, eins, zwei nach vorne, diese, diese Wesen, also diese Würmer, die gibt es immer wieder mal in Dungeons, bei Dungeon & Tracken, ähm, die sind einfach nur eklig, genau, so, jetzt einmal rüber, und dann gehen wir da, dann haben wir eins, zwei, drei, und da kommen Goblins, eins, zwei, drei, so, und dann haben wir Goblins, wenn wir da um die Ecke gehen, wir machen uns, wir drehen uns zur Seite, gehen zur Seite, ah, okay, die kommen nicht, so, zack, zack, und dann haben die hier auch, und da haben wir ein Fach, so, das heißt, wir drehen uns in die Richtung, gehen nach da, und zack, 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 und schon sind die erledigt, so, genau, so einfach geht das, seht ihr, da haben wir doch relativ schnell hingekriegt, und jetzt sind die erst mal weg, so, jetzt gehen wir hier hin, da sind zwei Schriftrollen, das sind, ich weiß gar nicht, was für Schriftrollen das sind, müssen wir gleich mal gucken, eine Rüstungsmagierrolle, das heißt, wir haben ja momentan keinen Magier, und das ist eine Klerikersegensrolle, das heißt, der Magier, die Klerikerrolle können wir nicht gebrauchen, aber die Magierrolle haben wir schon mal, das ist schon mal nicht schlecht, und hier geht der Gang weiter, hatten wir gesehen, so, zack, zack, so, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 5, okay, so, und zack, nach da, und zack, so, zack, wobei ich mir gerade überlegt habe, ich werde das jetzt mal folgendermaßen machen, ich überlasse der Kriegerin mit die zwei Schwerter, und wir hatten gesagt, was hatten wir gesagt, 5, wer waren das, so, das heißt, hier, 1, 2, 3, 4, 5, bis zur Ecke, 1, 3, 4, 5, und, so, okay, gut, dann gehen wir nach hier, rüber, rüber, so, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, und eine Tür, und eine Tür, 1, 2, 3, 4, 4, 5, und eine Tür, und das ist die Tür, lustigerweise, die wir gerade eben gesagt haben, dass wir, wo wir, wo wir die Wahl hatten, nach rechts oder nach links zu gehen, ist das die Tür, wir lassen die Tür jetzt zu, aus einem einfachen Grund, wir gehen den Weg zurück, und machen erstmal die andere Tür, die wir da noch hatten, wir hatten ja hier irgendwo eine Tür, ah, da hatten wir, ne, Moment, ähm, jetzt habe ich mich verirrt, Hilfe, ich bin, ich habe mich verirrt, wo bin ich, kann mir jemand sagen, wo ich bin, ah, hier, genau, hier die Tür haben wir, da sehen wir auch schon unten, dass da ein paar Würmer drin sind, den Gang haben wir ja schon, nein, den haben wir noch nicht erledigt, wir erledigen doch erst den Gang, bevor wir weitermachen, sehr weit dürfte dieser Gang nämlich gar nicht führen, ähm, wo habe ich den jetzt, Moment, ähm, jetzt bin ich gerade etwas verwirrt, also, ähm, nein, da, ah doch, da, okay, der Gang dürfte soweit gar nicht führen, also eins, zwei, hatten wir schon drei, so, das heißt, da geht es dann um die Ecke, oh, da ist was, oh, das wird, das wird, wird richtig schwierig, in die Mitte zu stellen, ist natürlich für mich äußerst passend, für den, ähm, ähm, Goblin etwas dämlich, weil dadurch kriege ich natürlich die Möglichkeit, ähm, auf den Goblin einzuwirken, so, jetzt machen wir mal folgendes, so, das packen wir nach weg, das packen wir nach da, oh, nee, das packen wir nach da, wir haben hier eine Magierrolle, und zwar eine Magie Entdeckenrolle, ähm, wir gehen eins vor, und nehmen den Stein auf, so, das heißt nämlich, wir haben die Möglichkeit, so, ähm, obwohl, Moment, wir gehen da drauf, wir gehen da drauf, wir gehen da drauf, und geben, ah, die kann sie nicht nehmen, aber die kann das nehmen, sehr schön, so habt ihr, ah, die Klerikerin kann also nicht mit Dings umgehen, mal gucken, ob sie mit Stein, ah, Stein kann sie werfen, haben wir einen Stein, wir haben einen Stein ihr gegeben, okay, gut, dann kann sie zwei Steine werfen, und der, ähm, unsere, ähm, Schurkin kann entsprechend dann ein bisschen mit den, Dings mal, mit den, ähm, mit, Dolchen umgehen, und so haben wir alles, so, jetzt gehen wir eins nach vorne, wir gehen eins nach da, da wollte irgendjemand was von mir, nee, nichts Wichtiges, okay, so, also, jetzt gehen wir eins, zwei nach vorne, eins, zwei nach vorne, und dann haben wir einen Gang, so, und wollte ich euch jetzt mal was sagen, genau, hinter dieser Wand, ist der Eingang in diesen Dungeon, was sagt uns das jetzt, dass rein theoretisch, hier gar kein Gang sein dürfte, weil, da ist ja der Eingang, merken wir was, interessantes Phänomen, das ist aber bei diesem Dungeon durchaus angebracht, und, ähm, normal, also hier haben wir eine Tür, so, dann haben wir, hier einen Schalter, und einen Gang, so, und wir gehen jetzt aber, in die Richtung, weil da dürfte nicht viel mehr kommen, das ist wieder mal typisch, ich sage was, und es passiert genau das Gegenteil von dem, was ich sage, da passiert, ist ganze Menge noch, okay, ich hoffe, dass mein, mein Zettel reicht, dass ich das richtig angefangen habe, wie spät haben wir eigentlich, ah, die erste Stunde ist schon fast vorbei, aber trotzdem, wir machen weiter, wir machen die zweite Stunde weiter, ähm, mal, ähm, ähm, ja, genau, ähm, es wäre mir natürlich interessant, auch mal zu wissen, so von meinen Zuschauern, oder Zuhörern, je nachdem, ähm, wie ihr das findet, ob das in Ordnung ist, wenn, äh, so wie ich das mache, oder ob ich da ein bisschen mehr erklären soll, was ich gerade mache, so, wir gehen jetzt auf jeden Fall diesen Gang lang, der ist eins, zwei, drei, vier Schritte nach vorne, ähm, vier Kästchen nach vorne, und dann haben wir schon wieder ein Räumchen, und irgendwas kriecht hier durch die Gegend, so eins nach links, eins nach rechts, das weiß ich schon, so, zack, und zack, okay, gut, das heißt, das geht jetzt zwei nach oben, das ist ein 3x3 Raum, und hat in der Mitte von der, ähm, ja, von der Westwand, Westwand, nee, von der Ostwand hat es einen, nie ohne, nie, ah, okay, interessant, gut, ja, ist halt so, gut, von der Ostwand, also, das wäre Norden, Norden, gut, ähm, nee, doch, das ist Norden, Norden, ja, das ist Norden, genau, okay, gut, Moment mal, war das noch, ah, nee, das war ein Abfluss, okay, gut, ähm, ja, das ist, das ist, das muss ich sagen, also, wenn man sich überlegt, was wir heute für, für, für Spiele haben, und was die Grafiken angeht, ja, ähm, und man sieht dann so ein altes Game, so in, in, in VGA, ähm, das ist Wahnsinn, also, das ist, das ist schon die größte, höchstmögliche Auflösung, die man damals hatte, und, ähm, das trotzdem, aber ich muss sagen, dieses Feeling von dem Spiel, wie das ist, das kommt richtig rüber, und ich finde das richtig genial, ich werde jetzt erstmal meine Leute hier ausruhen lassen, damit wir wieder, ähm, ähm, damit meine Charaktere nicht drauf gehen, das wäre nämlich schade, das zum einen, so, und, wir gehen jetzt mal auf die Spieloptionen, und speichern das Spiel, das ist nämlich auch etwas, was früher sehr häufig der Fall war, weil man konnte früher speichern, wo man wollte, ähm, und nicht so, wie das, ähm, heute der Fall ist, du kannst dann bestimmte Stellen speichern, solche, äh, Spiele, und das ist, das ist natürlich eine, eine, durchaus tolle, tolle, tolle Möglichkeit, weil man muss sich keine Sorgen machen, dass da, ähm, dass man stirbt, und, das passt, so, was allerdings passieren kann, ihr solltet aufpassen, wenn ihr euch irgendwo rastet, denn es kann durchaus passieren, dass die Gegner auf euch zukommen, und dann entsprechend dafür sorgen, dass ihr eins auf die Mütze bekommt, so, wir werden jetzt aber erstmal eins schnell machen, wir werden jetzt erstmal schnell durchgucken, ob hier die Wände, auch wirklich Wände sind, oder, ob die Wände, nur so tun, als ob sie Wände sind, ich weiß nämlich, dass es hier auch Geheimgänge gibt, in denen man einfach durch die Wände durchgeht, so, erste Ebene, machen wir aber weiter, so, wir gehen jetzt den Gang, eins, zwei, drei geht's vor, bevor es um die Ecke geht, eins, zwei, drei geht's vor, habe ich gesagt, bevor es um die Ecke geht, beim vierten, so, genau, dann gehen wir eins vor, eins nach da, so, dann haben wir da, haben da schon mal einen Gang, das sehe ich jetzt schon, und dann ist natürlich da eine Wand, so, wir machen uns wieder zur Seite drehen, und einmal rum, so, jetzt geht's einmal vor, zack, aha, da ist eine, ein leerer Gang, also ein leeres Fach, das können wir aber trotzdem mal einzeichnen, auch wenn das leer ist, damit wir das wissen, dass da ein, ist es so, und dann haben wir jetzt von hier wieder den Gang, eins, zwei, drei, vier, bis wir herankommen, eins, zwei, drei, vier, und jetzt wird's eng, jetzt habe ich nämlich weg, noch zu wenig Platz auf meinem Papier, so, das heißt, ist aber nicht schlimm, mache hier und hier und hier, dann mache ich hier ein x1, und gehe dann hier hin, und mache hier ein x1, und schon habe ich hier den Gang eingezeichnet, so, genau, genau, so, jetzt gehen wir eins vor, eins zur Seite, wir haben dann eins zur Seite, so, und dann haben wir da wieder einen langen Gang, und dann machen wir eins, zwei, drei, vier, bis wir um die Ecke kommen, eins, zwei, drei, vier, bis wir um die Ecke kommen, so, eins zur Seite drehen, eins rum, und dann haben wir da eine Tür, mit einem Schalter an der Ecke, und den Schalter drücken wir jetzt, und gehen durch die Tür durch, so, einen nach vorne, und dann haben wir einen Gang nach rechts, einen Gang nach links, und einen Gang nach vorne, so, das ist jetzt die Frage, sind das Gänge, das sind Gänge, und dann geht es nach vorne, in einen großen Raum, und da gehen wir jetzt rein, eins nach links gucken, eins nach rechts gucken, eins nach vorne, und das ist die Tür, das ist interessanterweise die Tür, wo wir auf der Dings abgelegt haben, jetzt bin ich völlig verwirrt, weil, eigentlich könnten wir da gar nicht hingekommen sein, so, ähm, da und da, und, ah, wir sind jetzt, ah, okay, gut, doch, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind, ich habe mich, äh, das ist, da habe ich mich jetzt völlig, völlig vermalt, weil, im Endeffekt bin ich jetzt, in diesem 6x6 Raum, in dem, dahinter dann, das Skelett liegt, und ich eigentlich, gar nichts, gar nichts machen kann, also, das ist, äußerst interessant, weil, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann ist das, nö, die Tür habe ich doch noch gar nicht, also, äh, interessant, da ist doch gar keine Tür, komisch, 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 das ist, das ist die Tür, die ich jetzt aufgemacht habe, interessant, ah, okay, jetzt, verstehe ich, wenn ich hier lang gehe, und gehe, dann werde ich, ich gehe jetzt hier mal durch, so, das ist die Tür, da, so, das ist, da ist der Gang, okay, so, und wenn ich jetzt nach, da gehe, gehe da, zack, und gehe da hoch, so, und gehe hier, ah, aha, das ist natürlich sehr interessant, das ist, ich bin über eine, eine Platte gelaufen, und bekam, ähm, und durch diese Platte, durch diese Platte, ähm, bin ich nicht im Kreis gegangen, ich hab, guck mal, das ist, das ist echt genial, jetzt, jetzt kriege ich hier, hier Sachen angezeigt, die ich vorher nicht hatte, so, jetzt nehme ich erst mal hier die, Rationen mit, gebe jedem eine Ration noch rein, so, zack, ähm, das lustige ist, nehme ich jetzt, wenn ich jetzt hier lang gehe, da ist, wenn ich das wegnehme, das Problem ist, ich habe, jetzt, das, ähm, habe einen, ähm, ja, genau, ich hab mich jetzt völlig verirrt, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, aber, äh, lassen wir das, ich werde bei Gelegenheit, die ganze, das ganze Ding nochmal durchgehen, und aufzeichnen, aber, da haben wir einen Schalter, zum Beispiel, der macht die Tür auf und zu, manchmal sollte man vielleicht die Tür doch auf und zu, äh, auch wieder zumachen, hinter sich, so, so, jetzt lassen wir die Tür auf, wir gehen jetzt hier weiter, so, gehen hier, und wir machen jetzt, diese Tür auf, und kämpfen, gegen diese, ähm, Ekel, zack, jetzt kommt es gleich wieder, wohl, oder doch nicht, dann gehen wir vor, ah, da kommt er, zack, 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 erstes Ekel weg, da war aber noch ein zweites, sag ich doch, da kommt er, zack, 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 fertig, da kommt noch ein dritter, sehr schön, also der dritter hat nur zwei, äh, nur sechs Lebenspunkte gehabt, im Gegensatz zu den dritten, aber, passt, so, gut, jetzt gehen wir hier vorne den Stein holen, für den Kleriker, damit er den, damit er den wieder hat, so, zack, mal gucken, ah, okay, wenn ich draufklicke, dann geht es auch so weg, ah, da habe ich ein Schild, das ist natürlich jetzt praktisch, für die Kriegerin, ich habe jetzt hier die Kriegerin, die Kriegerin kriegt das Schild, ähm, das Schwert packe ich, mal in den, kann ich das an den Gürtel packen, ja, an den Gürtel, und, wobei, Moment, das sollte ich eigentlich, ach ne, das geht nicht, das funktioniert nicht, okay, gut, ähm, stimmt, das kann man ja nicht werfen, so, das packe ich mal in den Gürtel, so, zack, wieder zumachen, und, jetzt hat unsere Kriegerin ein Schild, und wir haben einen neuen Gang entdeckt, und da haben wir jetzt, das erste Mal, seht ihr da was auf dem Boden liegen, was natürlich sehr interessant ist, ein Pfeil, den geben wir in den Köscher, bei der, äh, bei der Waldläuferin, wenn wir einen Bogen finden, können wir dann, ah, okay, ah, wie ihr seht, geht es da runter, ah, okay, gut, da müssen wir, da müssen wir jetzt was opfern, wir opfern jetzt eine, was opfern wir denn, wir opfern einen Stein, den legen wir drauf, klicken hier drauf, dann geht die Tür auf, wir können rein, und wir können, in die zweite Ebene, nach unten gehen, so, jetzt ist es eine Besonderheit hier, jetzt hat man nämlich, das Problem, was ich, ich könnte gerade richtig, richtig heulen, also deswegen gehen wir jetzt, gehen wir jetzt nochmal, das kann ich jetzt noch nicht mal abbrechen, ähm, so, das ist, also eigentlich ist das so gedacht gewesen, ähm, früher, man hat die Anleitung, die Anleitung hat mich auch hier, bei GOG kriegt man die mit, als digitale, ähm, das PDF mitgeliefert, und normalerweise, und normalerweise müsste man oben, auf diesem, ähm, PDF gucken, und müsste sagen, okay, pass auf, ähm, du hast jetzt, ähm, die Seite, und du musst jetzt, ähm, dir sagen, ähm, muss jetzt gucken, das Symbol, da ist ja ein Symbol abgezeigt, auf der Seite dieses Wort, das musst du eingeben, so, ich habe jetzt einfach mal 3x B eingegeben, was natürlich völlig Unsinn ist, weil das kann auf der Seite gar nicht stehen, ähm, und trotzdem hat es funktioniert, okay, gut, dann scheint diese Abfrage wohl abgeschlossen zu sein, ist aber kein Problem, ich freue mich darüber natürlich wunderschön, so, wir sind jetzt hier in, ähm, der, links, so, dann geht es hier hoch, Leiter, machen wir mal ein L hin, ein L, so, ein großes L, so, dann haben wir hier, einen Gang nach da, einen Gang nach da, L, L für Leiter, so, vor uns, wir haben jetzt, einen Dreiergang, jeweils, mit einer Tür, nach der, zweiten, ich habe jetzt mal, das ganz in die Mitte gemacht, und mache jetzt hier einfach mal, überall ein T hin, ein T, und ein T, so, und wie ihr seht, wir haben hier, in allen drei Türen, haben wir, einen, ein Schloss, das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, welche dieser Türen öffnen wir, und welche lassen wir, was wir natürlich machen können, ist, dass wir, den Goblin da vorne, äh, den Dieb da vorne lassen, und sagen, Dieb, öffne uns diese Tür, machen wir aber nicht, wir nehmen die mittlere Tür, ähm, ist das, glaube ich, die Tür, so, genau, das ist die mittlere Tür, die nehmen wir, und, öffnen mit dem Schlüssel, für den Schlüssel braucht ihr einen Schlüssel, so, ihr müsst es also draufziehen, okay, haben wir gemacht, so, jetzt gucken wir nach, da ist, hinter der Tür, ist jetzt der Gang, und da gehen wir jetzt rein, so, eins nach vorne, eins nach vorne, dann haben wir nach links, eine, Durchgang, eins nach vorne, eins nach vorne, dann haben wir nach rechts, und hier haben wir ein Loch, da machen wir einen dunklen Kreis hin, und dann haben wir hier einen Schalter, und ein Symbol auf der anderen Seite, deswegen, da steht was, geht vorsichtig, also eine, durchaus berechtigte, Warnung, denn, wenn wir hier sehen, hier, ist ein Loch, so, hier haben wir eine Leiter, das machen, da machen wir dann auch in L hin, das dürfte sein, wenn wir da runterfallen, also da runter plumpsen, können wir da wieder hochklettern, wir wollen es aber nicht ausprobieren, deswegen gehen wir jetzt hier hin, gehen wir hin, und machen da, und schon ist das Loch zu, okay, so, gehen wir raus, gehen hier weiter, so, dann haben wir da, eine, eine Platte, wir mutmaßen jetzt mal, dass wenn wir, auf diese Platte, einen Stein werfen, dieses Loch, zugeht, genau, also wir gehen jetzt, hier vor, hier um die Ecke, da haben wir hier einen Gang, da einen Gang, und, da haben wir eine Wand, da ist eine Platte, und hier ist ein Loch, und das Loch, wird durch die Platte getilgt, so, wir nehmen ja trotzdem, natürlich, unseren Stein wieder hoch, weil, es ist uns ja egal, ob da links ist, dann haben wir hier, einen Gang, aber, der ist durch ein Loch, ein Moment, der ist hier durch ein Loch, so, so, hier geht es nicht da, das war falsch, da muss ich, links mal, so, hier geht es weiter, so, und wir haben auf der Seite, einen, auch wieder ein Gang, da ist auch ein Loch, das sehen wir schon, und dann geht es hier, und da, und da, und da, und, da ist auch, also, das ist, das ist ein sehr verworrenes Gangsystem, muss ich sagen, so, jetzt ist natürlich klar, jetzt ist dadurch das Loch wieder aufgegangen, weil wir haben das Loch ja auch gelassen, alles ist egal, so, da geht es jetzt gerade nicht weiter, so, dann gehen wir da hin, da ist ein Gang, und da ist nach dem zweiten ein Loch, aber ein Schalter, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir diesen Schalter betätigen, geht da ein Loch auf, und da geht es zu, okay, gut, dann ist hier auch ein Loch, das heißt, da sind dann zwei Löcher nebeneinander, wenn wir hier weiter gehen, so, dann gehen wir hier noch eins weiter, und dann geht es um die Ecke, und da haben wir ein Rationspaket, in einem, in einer Gangnische, nicht schlecht, nehmen wir mit, packen wir ein, so, dann können wir hier aber wieder rausgehen, weil wir hier kommen, obwohl, gerade eben habe ich noch gesagt, wir sollten die Wände immer mal ausprobieren, aber da passiert nichts, also können wir hier raus, gut, gehen wir hier raus, ach nee, halt, eins zu weit, nichts, mal hier, dass es doch wieder zu ist, damit wir da auch wieder rauskommen, so, jetzt gehen wir hier um die Ecke, und wir sehen, da ist eine Platte, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir auf diese Platte treten, was passiert dann da, deswegen nehmen wir mal den Stein, legen den da drauf, und gucken uns an, ob jetzt irgendwo ein Loch zugegangen ist, aber ist nicht, gut, also, sehr interessant, da passiert also gar nichts, gut, dann nehmen wir den Stein wieder auf, nehmen den Stein mit, gehen nach vorne, ah, jetzt ist was zugegangen, okay, mal gucken, was, ich weiß nicht was, aber irgendwas ist zugegangen, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal bis hier vorne hin, wir haben jetzt hier, da ist das Loch, da ist auch ein Loch, ähm, ähm, so, das ist, hier, wenn ich hier lang gehen, ah, okay, gut, also, das ist das Loch, wenn durch den Gang, durch wir gerade reingekommen sind, und, aber, wir haben hier etwas, was interessant ist, wir haben hier nämlich einmal, links, und wir haben einen Stufenanstieg, aber bei Livya haben wir natürlich auch den, das Schöne, wir haben jetzt wieder einen Schlüssel gefunden, so, das heißt, Erfahrung, ja, so, ah, okay, gut, ähm, wir haben jetzt einen Silberschlüssel, das heißt, hier ist eine Nische, und da ist ein Schlüssel, und wir haben die richtige Tür gewählt, denn jetzt können wir natürlich weitergehen, und können sagen, okay, da haben wir jetzt einen Schlüssel haben, können wir die nächste Tür öffnen, so, ah, das heißt, wenn wir da draufstehen, ist da hinten uns noch ein Loch gewesen, das habt ihr gerade gesehen, oder auch nicht, je nachdem, jetzt gehen wir hier drauf, das war jetzt natürlich nicht Sinn der Sache, aber wir sind abgestürzt in die untere Ebene, haben hier einen Trank, einen Heiltrank, den geben wir unserer Kriegerin, in die Gürteltasche, sehr schön, und jetzt müssen wir gucken, hier ist jetzt natürlich irgendwo der Aufgang, wo ist die Leiter, ist da, geht's hoch, wir sind da, wo ich gesagt habe, wo die Leiter ist, wo die Tür ist, da kamen wir jetzt raus, so wie wir es gesagt haben, hier ist nämlich wieder diese Inschrift, geht vorsichtig, da ist die Leiter, da ist der Hebel, und dann haben wir hier die Inschrift, hier machen wir mal hin, damit ich das weiß, das heißt, wir sind jetzt wieder da, wo wir gerade reingegangen sind, da gehen wir jetzt raus, und jetzt überlegen wir uns, nehmen wir die linke oder die rechte Tür, ich würde sagen, da wir gerade rechts gegangen sind, oben, nehmen wir jetzt mal die linke Tür, und machen hier auf, wir haben hier einen Schlüssel, gehen auf, so, und gehen durch die rechte Tür, durch die linke Tür, so, gut, also, Schloss, Schloss und Schloss, so, wenn wir durch die Tür kommen, das müsste jetzt die Tür sein, genau, dann haben wir nach der Tür gleich einen, einen Nische, und einen Gang nach vorne, so, jetzt haben wir hier wieder, nur die Starken sollen passieren, das ist jetzt natürlich auch wieder eine sehr interessante Aussage, mit einer Inschrift, gegenüber der Link, so, jetzt gehen wir hier hin, da ist aber nichts drin, wir finden hier auch nichts, so, dann gehen wir weiter, so, dann haben wir hier eine Tür, das heißt, wir gehen hier weiter, haben hier, hier haben wir eine Tür, und hier ein Schalter, jetzt ist natürlich die Frage, nur die Starken sollen passieren, aber wir, ah, okay, ganz einfach, der Schalter öffnet die Tür, aber sie klemmt, das heißt, wir müssen jetzt, hier natürlich mit dem Tür, zusammen die Tür aufstellen, so, zweimal draufgeklickt, geht die Tür auf, und wir sind durch, so, Tür, Gang, und da haben wir mal, einen richtig großen Gegner gleich, da ist wieder eine Tür, so, auf der anderen Seite, haben wir glaube ich nur eine Wand, genau, so, da geht es aber, da ist die Tür, dann geht es hier aber weiter, so, das heißt, hier geht es auch, so, wir haben jetzt ein Skelett, ich, hm, bin überlegt, ob ich das mache, aber ich gebe jetzt mal ganz einfach, den Haltrang, an unsere Klerikerin, die den gleich mal benutzt, so, ähm, zu machen, benutzen, so, machen wir das wieder auf, geben ihr das Schwert zurück, machen das zu, machen hier, klicken auf, und dann kommt er vor, jetzt rennt er weg, und nach zwei Dolchen ist er tot, so viel zum Thema, wir haben hier starke Gegner, ähm, da war der, der, ähm, das Skelett gar nicht so einfach, aber am Ende, wir haben hier einen, Moment, damit ich das jetzt nicht falsch mache, wir haben hier die Tür, und dann haben wir danach, eins, zwei, und haben einen, krank aufgenommen, was für ein krank es ist, weiß ich nicht, aber wir haben zwei, das heißt, wir haben hier, ähm, schon mal einen krank, okay, gut, so, dann geht's weiter, wir nehmen jetzt den Gang hier weiter, den wir haben, und zwar gehen wir da eine weiter, und haben einen um die Ecke, und da haben wir hier ein Dolch, ähm, das ist eine komische Rune, das heißt aber, um diesen Gang zu öffnen, brauchen wir einen Dolch, das heißt, wir haben hier eine Wand, dann haben wir hier Dolch, und da haben wir eine Tür, und da gehen wir rein, und dahinter ist ein, äh, ein Durchgang, so, jetzt machen wir das ganz einfach, zack, und schon haben wir die Tür geöffnet, und kommen in einen Raum, geben dem Schurken wieder seinen Dolch zurück, und nach der Tür haben wir hier einen Raum, der nach links und nach rechts geht, und dann gucken wir uns das mal an, einen nach links, einen nach rechts, da haben wir einen Schalter in der Mitte, zwei nach vorne, das heißt, wir haben einen 3x3 Raum, und jetzt gibt's eine Werbeunterbrechung, und in der Zwischenzeit zeichne ich hier schon mal ein, und gucke mir das ein bisschen an, und, und jetzt weiter, und jetzt weiter, so, ihr habt gerade schon gesehen, ich bin hier ein bisschen durch den Raum geeiert, und hab geguckt, was er ist, wir haben hier einen Knopf, den tätigen wir jetzt mal, da geht hier eine Geheimtür auf, das ist doch schon mal praktisch, Geheimtür, gut, also hier geht's weiter, das heißt, wir gehen jetzt hier rum, und zack, und gehen hier eins vor, und dann kommt, nein, das ist da, wo die Tür ist, genau, das ist die Tür, und dann gehen wir eins rüber, und dann haben wir hier eine weitere Tür, und hier ist der, und hinter der Tür ist was, wir sehen, dass die Tür klemmt, wir machen es trotzdem auf, und das ist ein Zombie, zack, 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 das heilige Symbol, sorgt dafür, dass der Zombie versucht abzuhauen, natürlich nur so lange, bis wir ihn angreifen, wir haben ihn jetzt aus seiner Rüstung, beziehungsweise aus seiner Haut gehauen, und gut ist, damit haben wir den erledigt, wir kommen in einen Raum rein, gucken, ja, da ist die Tür, da ist der Raum, das heißt, es geht hier eins nach vorne, genau, und dann ist die Tür, und dann ist hier eine Wand, und da eine Wand, so, das heißt, wir haben hier ein 2x2 Raum, und haben hier auch nirgendwo was dran stehen, und haben hier nur eine Tür, die wir aufdrücken können, und gehen dann durch, zack, zack, kommen in einen weiteren Raum, auch wieder 2x2, aber diesmal mit einer kleinen Nische dahinter, und das heißt für uns, wir haben unseren nächsten Schlüssel gefunden, den wir benutzen können, um die letzte Tür zu öffnen, und durch den letzten Gang zu gehen, und dann, wenn ihr euch wundert, warum ich hier immer so ein bisschen drücke, wie gesagt, es gibt manchmal Geheimgänge, die man nicht so einfach findet, so, wir sind hier aber jetzt fertig, und können die uns jetzt wieder zurückbegeben, mal gucken, wo wir hin müssen, so, dahin, dahin, ähm, ähm, da, nein, das war die Tür, die da gekommen sind, dann heißt das hier, zack, zack, da war der Zombie drin, da geht's raus, ah, das war da, wo der Starke nur Ding sieht, so, und jetzt haben wir hier die letzte Tür, da ist das letzte Schloss, wir haben also, dieses Gangsystem, per, fast perfekt, gemacht, jetzt muss ich gerade mal gucken, wir haben doch hier, da ist nur ein Zwei-Gang-System, das ist da, wo die Innschrift ist, geht's zwei nach hinten, und das war's, okay, gut, dann machen wir hier natürlich, damit mit der Gang natürlich entsprechend auch eingezeichnet ist, ähm, wir gehen einen rein, und gehen noch einen, und sind da drin, gut, dann ist das nur zwei, nicht drei, so, perfekt, so, genau, weil, es hatte mich jetzt gerade irritiert, warum ich da noch einen offenen Durchgang hatte, so, wir haben jetzt hier den Gang, und, aber bevor wir jetzt auch diese Tür öffnen, natürlich immer wieder mal zwischendrin dran denken, A, erst mal ausruhen, ja, wir lassen sie heilen, so, wir tun acht Stunden, heilen, oh, 24, oh, über einen Tag haben wir jetzt gerastet, okay, passiert, wir speichern aber das Spiel mal zwischen, damit wir da keine Probleme bekommen, was, die, ah, okay, ja gut, nein, es ist klar, ich will jetzt natürlich keinen Charakter entlassen, so, wir machen, wir nehmen uns den Gang vor, machen hier wieder zu, und gehen rein, so, jetzt haben wir hier die Tür aufgemacht, geht's eins nach vorne, dann haben wir hier, nicht alles ist, was es scheint, äh, erscheint, ja, das ist schon richtig, so, wir gehen jetzt einen Gang rein, und haben dann einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts, und einen nach vorne, und da vorne liegt etwas sehr interessantes, wir machen jetzt mal einen Gang nach links, einen Gang nach rechts, da ist nichts, gut, dann gehen wir, okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein, ihr habt es gesehen, wir sind jetzt hier, nach vorne gelaufen, und werden gedreht, ohne dass wir etwas machen, also wir sind jetzt, im Endeffekt, einmal gedreht worden, wir haben jetzt hier die, ähm, diese, diese, wie soll ich sagen, wir haben jetzt hier eine Schleuder, die können wir mal gucken, die passt der Klärgerin natürlich gut ins Konzept, da die Klärgerin keine Dings werden kann, machen wir das so, sie kann das heilige Symbol nicht so einfach benutzen, weil sie für diesen, äh, für diese Schleuder braucht sie beide Hände, das ist aber nicht so schlimm, so, jetzt werden wir hier gedreht, so, pass auf, also das ist die Tür, so, wir sind so reingekommen, dann geht es hier, so, wenn wir nach da gucken, kommen wir in einen Gang rein, der geht, zwei, eins, zwei, dann haben wir hier eine Rune, eine, das ist eine Org-Rune für Durchgang, also wir gehen hier rein, eine rein, eine rein, und haben hier eine Rune, so, und wir gehen jetzt da mal durch, genau, und schon sind wir durch, haben, hier in der Rune einen Durchgang, so, und finden da eine Schriftrolle, eine Magier-Schriftrolle, wir hoffen, ich hoffe, dass wir irgendwann mal Magier finden, den wir dann vielleicht nützen können, und, wir sehen, wir haben zwei Runen, also das ist, oh, okay, das war jetzt nicht ganz so, das Lustige, so, jetzt muss ich gerade mal gucken, also wir sind, da sind wir reingekommen, so, das ist da, hier ist eine Rune, und, hier ist, und wenn wir dann uns, also da sind wir reingekommen, da gucken wir jetzt drauf, und da ist eine Rune, das heißt, hier ist auch noch ein Durchgang, so, genau, so, und wenn wir jetzt da reingehen, da ist ein Gang dahinter, aber den machen wir jetzt, wir machen jetzt erstmal, unsere beiden, die jetzt hier kommen, kommt der, zack, 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 keine Munition mehr, okay, ja, so kann es gehen, da geht der arme Dame die Munition aus, und unserem, und gehen wir wieder seine Dolch in die Hand, so, und dann gucken wir uns mal hier um, aber hier ist eigentlich gar nichts drin, also wir haben hier im Endeffekt einen leeren Raum, bei den Runen, jetzt ist, wo ist die Runen eingezeichnet, da, wir haben im Endeffekt jetzt hier ein, ein viermal, ein zweimal zwei Raum, eins, zwei, genau, ein zweimal zwei Raum, ohne, dass wir da Dings haben, aber wir haben hier eine Rune, ich habe eine komische Rune, jetzt ist natürlich eine Frage, passiert gar nichts, okay, gut, ähm, vorhin haben wir die Rune benutzt, um zu wissen, dass wir da rauskommen, aber diesmal funktioniert das nicht, so, da ist kein Durchgang, kein Durchgang, da ist kein Durchgang, da ist kein Durchgang, oh, oh, ich glaube, ah, doch, hier, hier ist der Durchgang, genau, gut, dann sind wir hier raus, gehen hier wieder raus, weil der Gang hat uns nichts gebracht, so, wir wurden jetzt aber einmal gedreht, das heißt, hier war das Loch, so, einmal gedreht, da ist die Tür, das heißt, da ist jetzt der nächste Gang, oder gehen wir da lang, wir gehen hier lang, so, dann haben wir, das ist die Tür, da lang, eins, zwei, bevor es einmal nach links, und einmal nach rechts, da haben wir eine Wand, und da ist auch eine Wand, so, gehen wir eins vor, da, und da, wir gehen aber jetzt erstmal nach da oben, eins nach oben, dann ist wieder eine Wand nach rechts, so, zack, zack, so, aha, das ist, das wird ein, eckiger Raum sein, in dem wir mehrere Möglichkeiten haben, so, genau, hier geht es einmal runter, denkt mal, dass wir dann unten auf den Gang stoßen werden, der weiter vorne geht, dann haben wir hier nochmal, einen Gang, den wir da und da lang können, würde hier eine Wand sein, weil sonst wäre das unsinnig, genau, da geht es auch zwei nach unten, hier ist ein Durchgang, wir gehen trotzdem mal nach unten und gucken, genau, passt perfekt, so wie ich es mir gedacht habe, so sind wir hier dran, so, und wenn wir jetzt hier lang laufen, kommen wir wieder hier vorne an die Ecke, genau, das heißt, wir haben hier, einen, zweimal zwei Durchgang, einen größeren, mit mehreren Möglichkeiten, aber wir nehmen hier diesen Durchgang, so, hier ist auch wieder eine Rune, also wir gehen jetzt erstmal nochmal zurück, eins, zwei, zwei, so, dann ist hier eine Rune, das ist eine Durchgangsruhne, und hier ist ein, tach, da haben wir einmal einen, eine Ration, und wieder einen Schlüssel, für was auch immer wir diesen Schlüssel brauchen, ah, wir haben hier ein, ein Schriftstück, Auftrag und Ausweispapier, ah, das sind die, das ist das, was wir am Anfang gekriegt haben, klar, okay, gut, so, und jetzt haben wir hier einen Durchgang, wenn wir hier durchgehen, kommen wir rein, ein, und da ist dahinter noch eine, ein Räumchen, das ist praktisch, so, da haben wir zwei Pfeile, dann können wir hier der, Waldläuferin wieder in ihren, Köcher geben, und haben hier auch wieder zwei Durchgangsruhnen, so, wir sind von da gekommen, und haben hier noch eine Rune, Moment, das muss ich gerade mal gucken, so, da sind wir reingekommen, da sind wir reingekommen, und wenn wir jetzt nach da, haben wir hier nochmal eine Rune, so, das heißt, wenn wir jetzt nach da durchgehen, kommen wir in einen weiteren Raum, der ist zwei tief, und drei lang, eins, zwei, genau, drei lang, genau, das ist genau, der passt genau hier rein, und da haben wir eine Ration, die nehmen wir mit, so, dann sind wir mal, okay, gut, passiert nichts, geht nicht, okay, gut, ähm, dann lassen wir das so, so, dann gucken wir hier mal, in dem Raum ist sonst nichts drin, deswegen können wir hier wieder rausgehen, gehen nach da raus, und haben den Raum, diesen Raumgang auch abgehakt, und haben dann jetzt im Endeffekt noch den letzten Raum, durch, irgendwie bin ich jetzt gerade falsch abgefogen, habe ich das Gefühl, ich werde hier gerade massivst veralbert, ich komme hier nicht mehr raus, Hilfe, ich bin gefangen, gut, also machen wir das so, zack, 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 ah, Moment, ah, jetzt, 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 jetzt kommen wir hier raus, das heißt, hier ist auch nochmal eine Rune, genau, sehr schön, gut, dass ich das gerade gesehen habe, so, jetzt sind wir natürlich wieder in dem Gang mit der Tür, wir gucken auf die Tür, drehen uns einmal komplett rum, und laufen den Gang hier entlang, äh, eins, zwei, bevor eine Abzweigung nach rechts stattfindet, so, genau, dann haben wir hier einen Stein, das ist schön, den Stein nehmen wir dann auch gleich weg, so, den nehmen wir weg, den geben wir unserem, Burken, und jetzt sind wir, in einem, ah, ah, okay, wenn wir da drauf gehen, kommen wir an eine, hm, okay, wenn wir hier reingehen, ist hier ein Ding, und wir kommen da auch nicht mehr raus, außer, wir nehmen, so, okay, okay, hier ist der Gang zu, okay, das ist aber sehr interessant, weil jetzt kommen wir eigentlich nirgends wo mehr weiter, und wir haben hier vorne die Leiter, und die Löscher, und da sind wir runter, gut, dann nehmen wir die Leiter da vorne und machen uns da dann weiter runter, in die nächste Ebene, wir haben hier die Leiter, geht nach unten, das heißt, wir sind jetzt in der dritten Ebene, denn da, wo wir waren, da ist nichts mehr, das ist die zweite Ebene, zweite Ebene, und jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich kein Papier habe, ich habe aber noch eine halbe Stunde Zeit, ähm, ich bin gleich wieder da, also nicht wegrennen, ich bin sofort wieder da, ich muss nur mal schnell noch ein Stückchen Papier holen, ich habe mir jetzt mal bei meinem Mann Papier gemopst, das ganze Ringbuch, aber ich habe nicht die ersten Seiten genommen, ich nehme die weiteren Seiten hinten, damit ich da weiß, damit ich da nicht auf was gucke, was mich nichts angeht, so, also, wir kommen jetzt in der Mitte raus, haben einen offenen Gang, und haben hier die Leiter, so, genau, die Leiter ist auf der, wenn wir runterkommen, auf der rechten Seite, so, und jetzt geht es weiter, jetzt geht es eins nach vorne, und dann haben wir hier noch eins nach vorne, dann gibt es eine Abzweigung, und wir haben hier eine Abzweigung, so, und wenn wir nach oben gucken, sehen wir natürlich die Löcher, durch die wir gerade heruntergefallen sind, oder durch die wir hätten runterfallen können, so, dann ist hier der Gang, wir machen da schön unsere Karte, und dann geht es eins, zwei nach vorne, das heißt, der Raum ist drei breit, dann haben wir hier eine Wand, eine doppelte, so, dann haben wir hier einen Durchgang, und, wir haben hier eine Nische, so, das ist im Endeffekt, ist das nur ein Raum, aber ich habe das, die Vermutung, dass wir irgendwo, hier durchkommen können, wir müssen nur gucken, wo, weil das kann ja nicht sein, sonst hängen wir, hängen wir jetzt fest, und kommen nicht weiter, und das kann es ja wohl irgendwo nicht sein, aber das ist so, okay, das ist jetzt sehr interessant, sehr, sehr interessant, das heißt, wir haben die zweite Ebene, komplett durch, haben in der zweiten Ebene, aber keinen weiteren Durchgang, kommen aber auch nirgends wohin, hm, hier ist ja nicht so, so, also, wenn ich jetzt diesen Raum mal hier drauf lege, da ist die Leiter, da ist die Leiter, so, das ist, das ist jetzt gerade ein bisschen tricky, sage ich euch, so, ich habe jetzt gerade mal abgewiesen, so, ich mache jetzt mal gerade, folgend, also, ähm, das ist, da, wo die Leiter ist, so, hallo, hase, so, versuche gerade, hier rauszufinden, wo ich hin muss, so, so, ähm, Moment, ich mache das jetzt wieder, so, äh, einmal Licht anmachen, so, jetzt haben wir hier, da ist die Leiter, so, da, da ist die, hier runter, so, zack, zack, okay, so, das heißt, wir haben da hinten ein Loch, unter dem kein Durchgang ist, das heißt, wir, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich richtig bin, also, wir haben, hier ist kein Loch, da ist aber da ein Loch angezeichnet, interessant, dann haben wir hier ein Loch, noch angezeichnet, wir haben hier aber keins, da aber eins, okay, da eins, okay, die zwei sind da, gut, okay, stimmt, das eine ist ja weg, da ist eins, und das Loch, was hier ist, ist nicht da, und wir haben hier ein Loch, das daneben ist, das heißt, wir müssten hier eigentlich einen Durchgang haben, haben wir aber nicht, okay, gut, dann werden wir uns mal angucken, und das ist die Platte, das ist die Platte, richtig, die Platte, das ist die Platte, die Platte, das heißt, das ist die Platte, so, das heißt, das sind alle Löcher, innerhalb dessen, wo sie sind, okay, interessant, das ist jetzt, durchaus sehr interessant, weil ich nämlich jetzt gerade wirklich nicht weiß, wie ich weiterkommen soll, weil wir kommen hier unten nicht hoch, so, jetzt habe ich also hier, geht es nach oben, gut, dann gehen wir hier nochmal raus, da geht es auch nur nach oben, das heißt, wir haben irgendwo, haben wir, einen Durchgang, so stehen wir aber nicht rauskommen, hm, so, da haben wir, so, okay, gut, so, wenn wir da reingehen, kommen wir hier, da geht es nicht weiter, da kommen wir in den Raum rein, so, wir haben das vorhin gehabt, und haben, testen wir mal, also da kommen wir nicht weiter, gut, da kommen wir auch nicht weiter, gut, da kommen wir auch nicht weiter, okay, gut, nächster Versuch, gut, das schafft, klappt auch nicht, tragen wir mal hier hin, auch nicht, da, auch nicht, gut, ja, das ist da, da müssten wir natürlich durchkommen, ist ja klar, das ist nämlich da, wo wir reingekommen sind, genau, so, ich bin jetzt aber reichlich irritiert, wo wir als nächstes hin müssen, hm, weil das, die Runde sind wir ding, so, das heißt, wir müssen hier raus, dann kommen wir wieder in den Gang, so, jetzt laufen wir nach hier hinten, da geht es nicht lang, da ist der Durchgang, in diese, das heißt, wenn wir da, ah, interessant, da ist der Stein, gut, das heißt, wir haben, das ist der Gang, gut, also, da kommen wir nicht weiter, hm, so, und jetzt gehen wir hier lang, haben hier die Rune, haben da eine Rune, und gehen da lang, so, dann haben wir da eine Rune, da haben wir keine, da geht es auch nicht weiter, da geht es nicht weiter, da geht es in den Raum rein, da ist die Rune, so, das heißt, wir müssen hier irgendwo eine Möglichkeit haben, dass es weiter geht, aber wo, wo, hm, also, ich bin jetzt reichlich irritiert, weil wir haben hier, vor allen Dingen, der Witz ist ja, wir haben, ähm, wir haben, keine, ach so, da geht es so, genau, ähm, wir haben nämlich auch keinerlei Möglichkeit, ach so, das sollte ich noch wo, links rüberpacken, ähm, wir haben nämlich keinerlei Möglichkeit gerade, äh, ja, man sollte immer regelmäßig was essen, ganz wichtig, ähm, so, wir haben nämlich momentan keine Möglichkeit, diesen Schlüssel zu verwenden, wir haben irgendwo, sollen wir diesen Schlüssel verwenden, aber die Frage ist, wo, wir haben keine Tür, in der wir diesen Schlüssel verwenden können, so, 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 irgendwo haben wir was aufgemacht, das habe ich ja vorhin gehört, als wir die, die, ähm, Tür verwendete, äh, die, die Dinger weggemommen haben, aber die Frage ist, wo haben wir was verwendet, um hier rauszukommen, und das ist jetzt, hm, gut, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen, wenn wir jetzt hier gehen, so, wir gehen jetzt einfach nochmal, diesen Weg, so, gucken jetzt mal, ob wir hier irgendwo was übersehen haben, so, vielleicht, da haben wir nichts zu sehen, gut, so, das heißt, wir machen da das wieder zu, damit wir hier weiter, ja, dann ist da das Loch, das ist klar, so, aber, nee, das ist kein Loch, steht auch nicht, da steht auch nichts, da ist, nur die, Nische, die wir vorhin hatten, steht auch nichts, wenn wir da was reinlegen, wenn ich hier runterfalle, dann falle ich runter und komme, entsprechend kann ich hier wieder hochgehen, so, okay, so, genau, gut, hm, verstehe, wer will, ich verstehe es nicht, liegen lassen, weil dann kommen wir sonst nicht weit, wieder zurück, wenn wir den wegnehmen, gehen runterfallen, stürzen wir ab, da geht es nicht weiter, so, jetzt gehen wir nochmal hier durch, ob wir hier irgendwo was vergessen haben, so, da haben wir erst mal nur ein Dolch, den wir haben, ah, interessant, kein Dolch, das ist natürlich jetzt interessant, den habe ich vorhin übersehen, okay, dann, wir hatten vorhin, doch, dieses Symbol, mit dem Dolch, ist gar nicht, okay, haben wir jetzt den weg geöffnet den wir vorher nicht hatten also das ist der weg ach so läuft das so läuft der hase interessant gut machen wir das mal jetzt haben wir hier was aufgemacht das heißt ich habe irgendwo vorhin was übersehen was ich jetzt gefunden habe die frage ist nur dann heißt das hier ist der hier ist ein weiterer durchgang genau das heißt wir kommen jetzt hier weiter ich habe vorhin einfach ein weg übersehen so stehen wir jetzt da ist ein portal nur die frage wo kommt dieser gang her wo habe ich den aufgemacht sehr interessant also jetzt bin ich völlig verwirrt und weil ich überhaupt nicht mehr wo ich bin gut so ist das nun mal manchmal verläuft man sich und findet dann kein weg mehr raus da ist noch eine tür das heißt ich habe vorhin irgendwo was ist da eingangs ebene das die tür mal offen also jetzt bin ich irgendwie habe ich das gefühl da gelandet wo ich vorhin schon mal war da ist die tür wo es wo es wo es dings gibt da ist sehr schön so wow langsam wird es ja gut da haben ein paar schuhe wer hat keine schuhe an die bald elf hat keine schuhe an aber der rest hat auch keine schuhe an das ist natürlich ganz lustig nur die kriegerin hat schuhe an so aber ich bin jetzt trotzdem völlig verwirrt wo ich lang muss wo wir lang müssen da ist ein gang da gehen wir mal rein und irgendwie irgendwie habe ich das gefühl also irgendein also irgendein ah da ist was da ist ein da war ein ein zombie wenn ich das aber höre da ist ja irgendwo noch ein weiterer wir müssen nur mal gucken was war das annie 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 ja was kann denn annie so also irgendwie bin ich jetzt hier total ich werde hier total durch die gegend gefeuert und weiß nicht warum und weiß überhaupt nicht wo ich bin äh okay hey leute ich möchte gerne hier wieder raus kann mir jemand sagen wo ich bin also ich weiß nicht wo ich bin so da ist noch eine tür so da ist eine tür da ist eine tür so wenn ich jetzt auf diese tür etwas lege dann komme ich da natürlich weiter aber es ist nichts weil ich dann okay also nebenbei die klerikerin die trägt einmal fertig so oho wow also hier ist ja richtig was los jetzt gibt es braue für die bösen skelette aha das heißt ich kann also jetzt habe ich hier erst meine axt so das heißt ich mache das so kann das kann das weg das heißt der deutsch kann ich nicht benutzen der ist einfach nicht nutzbar so zack 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 den heben wir gleich auf so zack das nehmen wir nach da nehmen da legen das da hin haben wir da dann eine drücken da drauf und haben da ein steil und haben da ein steil und haben da ein steil so jetzt ist unsere dalmena stark beeinträchtigt ähm jetzt müssen wir leider so sehen dass wir hier rasten was natürlich gar nicht so einfach ist weil wir jetzt natürlich hier noch irgendwo was rumrennen haben aber das ist egal wir müssen jetzt hier rasten ob wir wollen oder nicht weil sonst wird unsere nalmena ein weil das zeitliche gesegnet werden so kein problem oh wir haben jetzt auch gleich Schluss das heißt ich sammle jetzt nur noch mal schnell meine sachen hier ein die ich hier liegen habe und dann stellen wir uns hier hin und machen hier eine pause bis zur nächsten woche machen dann nächste woche hier an diesem punkt weiter auch wenn ich mittlerweile nicht mal mehr weiß wo ich hier bin und was sonst noch sache ist der vorteil ist zumachen so ok also wir werden jetzt hier einmal noch die pausen funkt die 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 speicherfunktion verwenden speichern speichern genau jetzt aber gerade mal was kurz gucken wenn ich lade ah ok ah ok dann lande ich ah dann lande ich wieder hier wo ich war ok gut gut dass ich das weiß ok so dann gehen wir jetzt auf spielende ja wir verenden das spiel genau also wir haben jetzt heute eine ganze menge geschafft wir sind in die ebene 2 zwar immer noch aber ähm wir finden unseren weg und ich denke mal nächste woche werden wir zusehen wie wir weiterkommen ich werde mal gucken ob ich irgendwo im internet ähm karten dazu finde dass wir da ein bisschen wissen wo wir hin müssen ähm ähm weil wie gesagt ich weiß nicht ich habe irgendwo als ich diesen dolch weggenommen habe habe ich irgendetwas aktiviert ich weiß nur nicht was und blick gerade gar nicht mehr durch ähm das erinnert mich an das erste mal wo ich das durch gespielt habe da habe ich dann auch das erste ich glaube die erste die ersten vier stunden nur in der ersten ebene verbracht äh in der zweiten ebene verbracht bevor ich dann weitergekommen bin und nicht mehr wusste wo Sache ist aber das ist nicht schlimm wie gesagt wir werden das weitermachen ich bin ähm zuversichtlich dass wir in der nächsten woche wenn wir dann hier weitermachen endlich in ebene 3 vorstoßen und ähm dann die nächsten gegner finden natürlich auch ähm wobei ich dazu sagen muss natürlich die ähm Skelette und die Zombies doch schon eine harte Sache sind für diese kleine Gruppe aber wir werden das hinbekommen wir werden ähm das Rätsel um das Auge des Betrachters wie das ganze auf deutsch heißt ähm dann endlich lösen ich äh äh mir bleibt jetzt natürlich nur zu sagen erstmal danke dass ihr zugeschaut habt und dabei wart ähm ich hoffe es hat euch Spaß gemacht wie gesagt ich sag euch für heute tschüss bleibt gesund und kreativ eure Josy nicht mehr nicht mehr ich